Hallo und recht herzlich Willkommen zurück zu 7 days to die in derselben Aufnahmesession mit mir spielen von Serentip. Hallo. Der Minias. Hallo. Ohne Jack Fleischhammer ist schon in der Mine fleißig am abbauen. Korrekt. Bin hier der Zwerg. Man nimmt hier noch die Wühlmaus. Mh. Der Zwerg. Wühlhammer. Das Grab kann man das, soll ich das einschmelzen? Glaube ich. An wen ging die Frage? An den Jack? Wer macht die Munition? Der hat gerade eben... Welches Grab einschmelzen? Let. Ja bitte. Hier liegt doch ein Rucksack hier oben. Das ist meiner, da ist nur ein Trick drin. Wusel. Ich hab mich ein bisschen verlaufen. Bist du in der Höhle? Hast du dich verlaufen? Ja, ja. Ich werde ihn nie wieder nach Hause finden. Ach du Scheiße, ja das ist ja die komische. Höhle des Todes. Dachte ich, wie es ist. So. Wo geht's jetzt hier raus? Oh mein Gott. So, jetzt will ich auch mal die Wunder-Pickax ausprobieren. Hier, mach das. Das ist total geil. Okay, geht. Total genial. Sag mal, Frau, futterst du schon wieder? Nein. Dezent. Mit der Aufnahme. Was? Ich würde nie was essen während der Aufnahme. Das ist doch unprofessionell. Dass du gerade schon wieder bei deinem Mund steckst. Nein. Das hat... Das war aufgefunden, ja. Hier, ich glaube, hier ist der Pinker. Und? Oh nein, und. Und? Was? Oh, danke. Hier, hier, hier ist der Pinker. Hier sieht es aus, als ob ich hier rauskommen würde. Warum ich da so ein Glühen ins Hombino, ob noch Zeug rauskommen kann. Du meinst, warum seine Taschen nicht mitglühen, oder? Ne, dass er so sprotzt, wenn er, wenn ich ihm den Kopf wegrotze. Ah. Du meinst, du sollst ja stauben. Genau, ja. Ich finde übrigens, was mir von denen aufgefallen ist, dass dieser Nebel total cool hier aussieht. Ich meine, der ist ja schon länger da, aber ich habe ihn erst so bewusst wahrgenommen, so richtig. Weißt du, dass das so mehrfarbig oben der Nebel schimmert. Hm? Blau, rot, grau. Gut, wenn man graues Farbe bezeichnet. So, oh, guten Tag. Jack? Ja, ich komme, was ist los? Wo bist du? Ich wollte zu dir in die Höhle. Ach, schade. Ich komme jetzt gerade nach Hause, ich habe da nicht den Ausgang gefunden. Aber, ich weiß nicht, wer mich getrackt hat. Oder nicht, sind gerade als Verstärkung angereist. Habt ihr mich gehört? Oder seid ihr bei der falschen Hülse? Hülse. Ne, wir hören. Bei der falschen Hülse. Hülse. Hä, du bist doch hier irgendwo. Ich sehe dich nicht. War gerade dran vorbei, wahrscheinlich. Ich glaube, irgendein Ding ist halt klar. Du bist fest auf dem Moped. Oh, am Arsch. Wir laufen. Ja, weil wir sind gefahren doch nicht mit... Lauf doch nicht, bin ich bescheuert. Oh Gott, nicht in das Beißfahrt. Ach, du Scheiße. Das war ja ein Riesen-Move gerade. Was hast du gemacht? Das war so ein GTA Wind-Copulation-Move. Verstehst du, wie ich meine? Geht ja. Ja. Ist das auch schon aufgefahren, wo dann ein Fleisch haben wir? Seitdem er die Pilze nicht mehr nimmt, ja. Ja, ja. Warum? Warum? Weil hier kein Iron drin ist. Okay. Ich höre doch da vorne fahren. Also verarscht. Komm zur Hülle, hilf uns doch ein bisschen. Ja, wir sind da. Wo bist denn du? Ach, ich bin schon wieder zu Hause, weil ich ja Moped fahre. Absolut korrekt. Ich stehe jetzt wieder zu Hause. Das ist ein Bär, Minias. Oh. Dings. Ja, vorne. So. Oh, okay. Man sieht, ich habe ein paar Sachen gemacht. Ich bin auf die Zappeln, Digga. Ich hasse das auch. Aber wir kriegen mal Stump-Bonus, wenn der Eintrisch kommt. Mh, endlich ein Sandwich. Das lasse ich mal lieber hier. Sieht so krass aus vom Weiten, oder? Ja. Oh, Spikes. Wo kommen die denn her? Haben die sich angeschlichen. Das ist echt gemein. Da bin ich gerade richtig gesprungen, quasi. Oh, ich glaube, wir kriegen wieder Besuch. Oh, shit. Wo ist er? Die hat schon geschrien. Die hat schon geschrien. Das ist das Problem. Boah, ich schieße natürlich über die linke Schulter. Ähm. Eine große Schinken hat sie mit dabei gehabt. Jungen, habt ihr Pistolen? Nein. Nicht auf eine Schrotze, ohne Munition. Aber auch keine Pistole, oder was? Nein. Ach, das bereich. Sie kommen. Okay, Captain. Oh, das ist echt schiefgegangen, oder was? Ach Gott. Okay, ich glaube, sie ist over-toad. Over-toad. Over-dead. Dengle. Ich schütte ein Geräusch, Mensch. Huch, hinter dir. Okay, nicht mehr. Jetzt bin ich doch tot. Ja, wurde klar. Wir sind doch coolerweise noch im, quasi, ist er eigentlich schon umgedreht. Ich hätte gerne einen Rebritier-Crossbow. Weißt du? Ja. Oder ein Minigun. Ja. Gatling-Crossbow. Leg mich hin jetzt. Aber ich knapp-check eben. Ja, ja. Ich war jetzt nicht so. Ich glaube, der ist schon tot. Der steht noch. Ja, der steht. Liegt nur. So. Oh, Mann. Irgendwie sind wir zu, P. In der nächsten Folge machen wir die Zombies schwächer. Äh, stärker. Ja. Wie auch immer. Wie auch immer. Du brauchst dich ja nicht so angucken, Vinias. Da sind immer noch die alten Schlappen drauf. Naja. Was ist denn jetzt nochmal bei Winterbereifung? Das ist nicht die Straßenverkehrsordnung? Das ist nicht hier, wer hier oben ist O oder was? Was ist denn mit dem Rucksack? Ich muss jetzt den Rucksack da wegmachen. Das irritiert mich. Das sieht schlimm aus, ne? Geht nicht immer. Nein. Dein Müll da immerhin liegt. Au. Du hast vor allem eine Dose Chili dagelassen. Das gute Chili ist doch gut. Ja. Okay, es war schon übers. Ich mag das nicht, zwischen den Spitzen hinterherlaufen. Nee. Immer so gefährlich. Wie ist es ruhig in Lauf hier? Wir müssen uns... Mach uns jeder ein Moped und dann springen wir da immer rüber. Mhm. Also, ihr habt die, du hast leider die Kiste hier abgeschlossen. Was für eine Kiste? Nein. Ach so. Hä? Was ist das? Wer ist hinter mir gestochen? Der Minyas. Sehr gut, Minyas. Ich sehe. Ich hab... Ich hatte eine Folge jetzt ohne Tod, gell? Immerhin. Hä? Ne? Geh? Äh... Ja. Ja? Wow. Äh... Böse, die Kiste nochmal öffnen hier? Ja, ich muss erstmal durch die Spitzen kommen. Ich frage doch nur. Hast du gleich seit ich aufgehört? Achtung. Die Rennen. Mir gerade noch scheißegal. Hinter mir sind Tonnen an Spitzen. Wenn ich da drin sterbe, sterben auch die Zombies. Gehen wir mal aus dem Weg sonst stehe ich gleich in der Spitze. Soll mal zum Mitschreiben. Jeder hat gemerkt, ja? Wir brauchen keinen Scrap. Was war alles? Wir brauchen ganz... Was machen wir? Die gehen übelst ab. Alter, das ist nicht los. Draußen ist die Hölle los. Mach das raus. Draußen ist die Hölle los. Ich komme. Nehmen wir jetzt zurück. Hölle? Ich bin immer ein. Oh Mann. Schon wieder eine Rorde. Nein. Was ist jetzt? Noch wieder aufgestanden? Müsst'n die Köpfe abtrennen. Ui, was ist denn hier los? Leck mich schon, du Fülls. Und du Fülls. Oh, Mitschpucker wieder. Naja, ist dabei. Leute, wollen sie das irgendwie wissen? Oh nein. Das wird am Lächeln schon mit. Oh, das ist doch wieder... Das ist doch noch mal das Gleiche, oder was? Zählt aber jetzt doppelt dann. Leck mich, du. Das zählt aber jetzt doppelt. Keine Evolution durchstehen. Das stimmt ja nicht. Oh, pass auf, pass auf. Oh, fuck, geh weg. Minion. Die haben den Scheinwerfer weggeätzt. Die haben den Scheinwerfer geschmolzen. Die haben die UV-Lichter abgemacht. Ach, ja. Kann er nicht raus. Nein, ich bin runter. Oh, fuck. Ich hab's gehört. Okay, ich bin draußen. Ähm. Ey, wir haben nirgendwo First-Aid-Kids oder Blut oder irgendwas in der Richtung. Doch, in den Medizinkisten. Würde mal sein. Nee. Medizinkisten. Medizinkisten sind leer. Da hab ich ein Medikit reingemacht. Ah, stimmt mit dem Hund da unten. Ja, eins. Und? Der Ernst, eins. Der Feral krabbelt mir näher. Ein Disco. Ach, denn der Dicke da drüben. Der tanzte sich ein Wolf. Pass auf, die Fliegen auf. Äh, die Bienen. Ja. Oh, was haut mich denn da? Ja, diese scheiß Viecher drüben kotzen dich an. Oh. Okay. Sag mal, wie aggressiv sind denn unsere Spitzen? Ich hatte noch 40. Ihr seid froh, dass sie aggressiv sind. Dafür stehen die da. Ich verstehe. Ich hab mal das Spotlight eingepackt, ne? Zum Retten. Nice. Spotlight können wir eigentlich, nein, nee. Was? Nee, schon alles gut. Hast du gut gemacht. Oh nein, der Ex-Pilz. Rettet euch. Was wollen wir denn jetzt suchen? Ich glaub, die wollen den Garten. So, doch. Wollen wir unsere Ernte. Garten. Ist ja auch, äh, gut, gut gefüllt, der Garten. Ich glaub, da ist noch ne alte dazwischen, oder? Kann das sein? Ja, warte mal. Boah. Boah. Boah, stirb jetzt. Gut. Monsieur Ferrell. Stirb gerade in den Spitzen, würde ich sagen, oder? Ja. Also, lohnt es sich, das noch hochzukommen? Ah, jetzt noch. Absolut. Natürlich. Der, der kloppt gegen die Mauer. Oh, Bieder, 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 Bieder. Die acht Bienen, eben. Komm zurück. Feige Biene, du. Was? Ich vernehme ein Geräusch. Oh, ich bin tot. Na ja, gut, das muss man noch üben. Ja, ja, Mist Bienen. Schon wieder ein blutroter Mund. Das ist echt scheiße mit dem Crossbow-Schießen. So schnell kannst du gar nicht nachladen. Das ist davor bei einer normalen Hort, und das ist jetzt... Meinst du? Ja. Machst du? Chat. Assistent. Scheiß auf die Biene, Mann. Nein, die hat doch sicher nicht für die ganze Töne. Die muss doch Rache üben. Die muss doch wenigstens so tun. Und sich so tun. Warte. Boah, bis die Türen auf sind. Wo sind die da hin? Ich sehe ja das Schmärchen. Ja, doch, die unten. Okay. Keiner, aber was? Könne, strechst du. Sind da neue? Oh. Looting, looting. Nein. Kannst du die von mir? Was war das? Wieder auf. Wieder auf. Auf wem steh ich denn? Er hat auch einen Jack. Du stehst auf Jack, jetzt kommst raus. Ich habe auf seinem Kopf gestanden. Ja, ja. Schau mal, wie sie zittert. Moin, wie lange aufnahm. Wieso zittert, ne? Ganz normal. Ganz normal. Samuel, sag ihr, ist kaputt. Aber gut, dass wir eine zweite Tür hatten, ne? Wieso, haben wir denn... Oh, hat jeder von euch eine Leiter bei? Nein. Wird schon wieder eine Leiter. Bitte eine Leiter. Warte, ich kann ja eine machen. Hörst du zittern jetzt. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Wie der Typ. Kriegst du hier nicht mehr ein, hier mit dem Kessel. Wolltest du Leitern haben? Oder willst du außen rumlaufen? Nein, 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 nein. Mach ruhig, ne? Ja? Mach ruhig. Mach ruhig nochmal. So. Jetzt zieh dir mal was an, das sieht ja schluss. Das sieht ja schluss. Das ist ein Zettanier. So, was machen wir mit den Bienen? Lassen wir sie summen? Oder was? Das sind ja fünf Bienen. Die binden ja, die greifen nach und nach an. Das ist das. Schöner Team. Fahr mit den Honig. Dann Libby, was ist denn los? Shake it, baby. Shake it. Yeah, shake your booty. Yeah, shake it. Ich zitter nicht. Aber wie? Geh mal in die Hocke? Ich bin in der Hocke. Geh nochmal in die Hocke? Jetzt guck in den blutroten Mond. Genauso. Okay. Siehst du das auch, Jack? Sie zittert. Ja. Shake your ass. Shake your ass. Huch, da hat sich leider ein Pristilis. Ja, das kommt vom Zittern. Dann kommt mal der Finger auf den Abzug. Ja, wir sind leider in einer Folge. Sind wir nicht. Sind wir nicht. Mein Versuch wert. Ja. Seren Zipidi. Seren Zitidi. Serens Zitadi. So, ich baue uns jetzt mal den Übergang da hinten. Seren Zitadi. Wo muss der Übergang? Da hinten. Hier auf der anderen Seite. Ah. Was? So, ich hab mal ein Maischen geerntet. Gern, Seren Zipidi. Das ist eine gute Idee. Für Maisbrot? Nee. Für... Gran Alkohol. Hast du auch neun gepflanzt? Marek, grad. Sehr jut. Marek. Wo ist denn da? Da ist der Scheinwerfer. Was läuft? Hört man den Feuer aus dem Keller? Ja. Nee, hier sind doch die Fackeln, die hier draußen sind, ne? Das sind aber noch nicht. Ja. Du knisterst, glaube ich, bei dir. Knisterst langsam ein bisschen. So weit. Deine Mutter knistert. Bei ihm knistert. Verkomme ich. Vergleicht ihn an Knistern. Habe ich nicht mal nur mal Fackeln gemacht? Äh, Exploding Crossbow Balls. Nice, dude. Sehr, sehr nice. Kann ich aber schon. Könnte ich loswerden an jemanden? Ich bin hier beim Maispflanzen, ne? Ich setze mich auch für die Sagma-Truppe ein. Ich bin, äh, loyal. Ja. Jetzt nicht unbedingt strukturiert, aber, ne? Loyal. Du bist ja ganz schön dunkel, sag mal, ich hatte auch Fackeln vorher gemacht, genau. Ähm. Hm? So. Ist gut. Alter, wir haben hier... Du hast ja echt einen grünen Daumen. Kann man ja echt nicht anders sagen, ne? Das ist ja hier wirklich enormst. Ich habe nur ein kleines Feld angebaut. Ganz kleines. Ganz kleines. Zwölf Männer. Jetzt hier endlich mal Licht. Einen Kaffee könnten wir auch mal ernten und so. Ey, ich nimm ein paar, ähm, die golden ruts. Und dann ernt' ich mal. Und schau'r dies, äh, und pflanz' sie nach. Ja, das ist gut. Ich setze gleich mal Tee an, weil Tee brauchen wir wieder. So. Hier los, dann machen wir die Gärtenarbeit. Sehr schön. So muss es sein. Haben wir noch eine zweite Tür, dann, oder? Zweite Tür? Ja, der Tower hat die... Erste Tür haben sie ja wegge... Ja, ja, ähm... Musst du Material holen. So, wieder gepflanzt. Nichts mehr übrig am Beten, wa? Nee. Oh, ich auf der anderen Seite. Ich mach' ne Mischkultur. Ich mach' ne Mais-Kaffee-Pflanze. Okay, wir müssen hier... Korrekt, über das Lime-Bancher. Genau. So, dann könnte ich ja auch hier ein Bärenstool ansetzen. Müsst du machen. Mach' ein bisschen was für die Health, äh, für die Wellness von manchen Leuten. Das ist eine gute Idee. Das sieht man manchen Leuten nicht mehr so gut. Das könnte... Also, meine Wellness ist konstant auf 60. Die ist eingepegelt, da ist housing an, praktisch. Hast du das Tempomat angemacht? Sie hat's bei Tula und Wolf, ist es bei mir auch so. Ja? Wie gesagt, 38 Tage, 39 Tode. Spricht, spricht für sich. Krieg' grad so nischt weiter zu sagen. Ich enthalte mich meiner Meinung. Ich enthalte mich meiner Meinung. Ich möchte dazu nicht sagen. Ah, ich wollte meine Schrotze verbessern, siehst du? Oh nein, ich zeig dir eine rohe Kartoffel essen. Kann mir da was passieren? Mhm. Jetzt wird's vergiftet. Vitaminschock. Vitaminschock, ja. Mein Gott. Dein Körper ist versichend. So ne Kartoffeln, Vitamine. Du bist schon so ne Vitamine. Die rolle Vitaminkartoffeln. Das ist ne ganz gemeine Art. Mal pass nach innen hin. Zack. Hab ihr inzwischen geschummelt. Sag mal, haben wir noch Led und das war noch Buketshot machen können hier? Mach ich grad. Ich bin, ich hab dann, war ein Einschmelzen. Dauert halt ein bisschen, dann kam die Horde, dann muss ich euch da unbedingt helfen. Oh, ich hab's geahnt. Kann mich auch nicht teilen. Ah, ich seh. Amart, ich hab's geahnt. Verdammt. Ich hab's gleich going on. Du warst am Arsch. Wo wurden, wozu wurden Cobblestone Rocks? Cobblestone Rocks ist doch hier für, da draußen und so. Jetzt im Auffüllen, aber wenn wir die Wände verstärken wollen, also hier brauchen wir ja Beton. Wir brauchen Zement, genau. Ach, wir haben das Zementrezept, oder? Haben wir das Zementrezept? Nein, haben wir immer noch nicht. Wir müssen auch... Na, guck doch mal rinnen in die Forge, Minias. Guck mal rinnen in die Forge. Du siehst aus wie Karlsson vom Dach. Ach, siehst du aus wie Karlsson vom Dach? Guck mal in die Forge und such mal Zement und sag mir, ob du das hast oder nicht. Er hat's nicht. Das haben wir doch eben schon getestet. Hier wird Zementrezept mit C, E, M, E, N, T immer noch. Nee, hab ich nicht. Zementrezept, der lüchst gerade. Er hat jetzt Zement angesetzt. Guck mal, drehe ich mal rum. Oh nein, ich stehe in der Spitze. Tod. So, mit dem Sonnenaufgang verabschiede ich mich. Du? Dich? Ja. Ja, aber es ist schon wieder soweit. Es ist wieder soweit. Wir sind jetzt nur. Abschieden uns. Ja. Hab euch gefallen ein bisschen. Die Anfangsphase war ja ziemlich actionreich, aber am Ende haben wir halt ein bisschen geflanscht und Instandhaltung geflanscht. Angeflanscht. Nein. Und Zerentipity. Das labert wie immer in die Abwanderer zu. Ach, die killt doch jede. Da brauchst du ja gar nicht drüber. Oder? Ja. Ja. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss gerade von der Biene wegrennen. Ciao. Bis dann. Tschüss. Oh Gott. Jetzt hat sie mich gekillt. Hatte das noch jemand drauf? Ja. Ich hatte das drauf, ja. Ja.